Musik Herzlich Willkommen zu unseren Online-Konzerten aus dem Ella und Louise in Mannheim. Schön, dass Sie wieder alle da sind. Sie unterstützen uns damit sehr und natürlich vornehmlich unsere Musiker. Herzlichen Dank von allen. Heute haben wir was ganz Besonderes. Wir stellen eine Debüt-CD vor von unserem gut bekannten Florian Harz mit seinem Trio Flo und Fauna. Die CD habe ich auch dabei. Wald Life heißt sie. Was ganz Interessantes, Fusion Jazz. Sie werden es wahrscheinlich schon kennen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit und hoffen, dass Sie auch demnächst wieder dabei sind. Unser nächstes Konzert am Freitag ist Jazz Mal persönlich. Also kein Konzert, sondern eine Moderation mit Thomas Siffling und als Gast Julia Hülsmann. Ich wünsche Ihnen viel Spaß heute aus dem Ella und Louise in Mannheim. Und dann wird esinned andernig hart Priesten gearbeitet. Wir möchten sie jetzt wieder aus睓nen. Vielen Dank. 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 Und... Und... ... ... ... ... ... ...... 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 ......... ......... ...... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ............ ......... ............ ......... ......... ......... ......... ......... ............... ......... ............ ......... ......... ......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ......... ............ ............ ............ ......... ............ ......... ......... ......... ......... ......... ...... ......... ......... ............ ............... euch. Wahnsinnig schön, dass ihr heute mit dabei wart. Schreibt uns gerne in die Kommentarspalten, ich glaube, die befinden sich hier von mir, wie ihr den Abend erlebt habt. Wir freuen uns über jegliches Feedback und lesen uns das sofort durch, nachdem wir von der Bühne hier sind natürlich. Dann bleibt mir eigentlich nur noch das letzte Stück anzusagen und dafür kommen wir langsam wieder nach Hause. Wir sperren die Wohnungstür auf und kommen in die Küche. Und in dieser Küche steht zum einen natürlich ein Küchentisch, auf dem man wunderbar tanzen kann, das nur am Rande, aber in dieser Küche steht auch noch ein Herd. Und auf diesem Herd, auf der linken vorderen Platte, steht ein Topf. Und in diesem Topf, nicht auf diesem Topf, in diesem Topf köchelt Milch. Sie kocht richtig. Sie schäumt auf, bis sie der Topf nicht mehr halten kann und sich der ganze Inhalt schließlich über das gesamte Kochfeld ergießt. Miss Milk, viel Spaß! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 So, nun wirklich zum Ende ist es mir noch eine Pflicht und eine Ehre, meine Band, diese wilden Tiere an meiner Seite vorzustellen. Wir machen jetzt seit drei Jahren in dieser Besetzung Musik und es ist ein wahnsinniges Geschenk, mit solch inspirierenden Musiker und guten Freunden auf den Kies heute Abend Lukas Langgut, an den Drums Jakob Denebier, mein Name ist Florian Hartz und wir waren Flo und Fauna. Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank.